ARD Text im Auftrag von Funk Was war denn das jetzt hier für eine Nummer? Sollte das eine Abgasuntersuchung werden, oder? Das ist ganz schwindelig im Kopf. Ja, gut, das ist ja nichts Neues. Ich habe Licht gesehen, ganz hell. Und engel. Mit Punkten. Punkte hatten die überall. Immer Riegenkäfer. War auch nicht so schön. Ja. Riegenkäfer herpumpen. Ja, wie ist es? Hast du mich erschreckt? Was machst du denn hier? Ja, mal fragen, wie es hier läuft. Ja, geht so. Bei dir? Super. Muss ich wirklich sagen. Super. Hätte ich nicht gedacht, dass das... Ich habe hier mitgebracht. Oink, oink, oink. Glücksschwein. Was ist das?